Tja, moin Leute, ich bin Ken Lucas wieder back am Start und ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und zwar habe ich mir jetzt auch eine ASK.FM Fanpage gemacht. Ich kann ja mal draufklicken. Und zwar hier seht ihr die. Ich kann ja mal schon den Link einfügen. Alter. So. Also hier könnt ihr mir immer Fragen stellen. Ich werde so gut wie alle beantworten. Und ja, ich werde aktiv sein auf dieser Seite. Also ich werde versuchen, immer alle Fragen zu beantworten. Und ihr könnt mir hier alle Fragen stellen. Keine Ahnung. Nico, sei denn rausst du? Oder Nuke, was ist dein Hobby? Oder was weiß ich. Ich werde auch auf Facebook aktiv sein. Also hier könnt ihr mir auch. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt hier auf gefällt mir. Würde ich mich sehr gerne freuen. Und hier natürlich auf YouTube. Da bin ich auch aktiv. Und ja, lass was mit einem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Favorieren nicht vergessen. Ich bin raus. Tschö mit Ö.